hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu black mirror ich hab's gesehen sonntag ist leider ausgefahren ich hab's nicht geschafft ich habe so ungefähr die hälfte von dem geschaffen sie am wochenend machen wollte und youtube gehörte nicht dazu doch ursprünglich schon aber ging nicht anders naja wie dem auch sei ist halt manchmal so so wir haben wir noch was im tagebuch neuen eintrag den wollte ich ja noch vorgelesen haben ich ziehe meine vorigen zweifel über dr faber zurück sie erweist sich als nützliche verbündete und ein verbündeter ist genau das was ich gerade brauche wir haben es fast nicht geschafft eddie davon abzuhalten den armen zu töten der wahnsinn liegt wahrhaftig in dieser familie sogar lady margaret ist infiziert und hält ihre arme mutter meine urgroßmutter rosemary eingesperrt wie ein tier ich bin zu dem schluss gekommen dass sie sich dass sie sich edward widersetzt hat und für diesen ungehorsam hat er sie entstellt und in ihrem eigenen haus eingesperrt und zu diesen und dies ist das einzige wort das sie beschreibt diese visionen die mich heimsuchen sogar vor der welle die ich spürte als wir die überrannten übermannten wurde mir klar dass real sind ohne den leisesten zweifel diese armen bekümmerten erscheinung sie sind die verzweifelten opfer des flugs der gordons der seit jahrhunderten unheil über meine familie bringt es fühlt sich an als würde ich denselben fahrt beschreiben wie mein vater john ein pfad der zum ursprung all unseres unseres elends führt dem black mirror so das klingt interessant wir sollten zum boot aber ich glaube wir müssen erst noch mal in die bibliothek und zu rory gucken er müsste da eventuell noch um sitzen wir sollten erst mal die karte besorgen wenn mich alles täuscht ja also guten tag wir kennen den weg zum dorf jetzt gut gemacht junge geht ihr voraus und macht das boot bereit ich treffe euch am anleger was nein wir finden allein hin draußen ist es kalt und dunkel ich kenne das wetter mädchen ich bin weder ein kind noch zu alt um auf einen hügel zu steigen ich habe das gefühl ein nein lassen sie nicht gelten da hast du recht und ich weiß besser als ihr was euch dort erwartet alles klar dann gehen wir mal raus zum boot da ist die tür so spannend wo uns das hinführt ich glaube das ist der beste weg wenn wir hier durch gehen durch das speisezimmer das müsse doch hier oben sagen euch doch vor die schlangenlinien jetzt irgendwie ein ladebild schon zu viel gerade an der stelle warum muss man das nachts machen das verstehe ich nicht wieso muss man nachts unbedingt gar nicht warten bis es tagsüber ist wieso kann man in diesem betten nicht schlafen in diesem haus zum boot geht es hier lang da jetzt zum boot aber der karren war doch gar nicht funktionstüchtig oder so wieder da so wieder dahin den hatten wir schon mal irgendwie angeguckt schieben dann schiebt er mal das ist wohl nix es lässt sich nicht bewegen überrascht mich nicht sieht aus als wurde es seit jahren nicht bewegt es braucht mehr als uns beide um es ins wasser zu bekommen ja drei der wollte doch helfen und sie hat ja gar nichts gemacht mit einem langen stock könnten wir es stück für stück bewegen david das würde ewig dauern es muss einen anderen weg geben bei dem wir uns nicht das kreuz brechen klingt ja auch ein bisschen über dramatisch beschrieben also da unten ist doch ein feiler im weg oder nicht wo ist das system mit einem langen stock es muss einen anderen weg geben ja aber hier ist sie ist doch nix was jemand also das ding ist ich hatte eben schon mal aufgenommen und bin aber erst zu dem boot gelaufen und dann fiel mir auf dass ich mit reiner sprechen muss und ich bin halt nur hin und her gelaufen zehn minuten und das wollte ich nicht und deshalb habe ich noch mal jetzt angefangen aber ich bin auch nur bis hierher gekommen und jetzt bin ich genauso ratlos wie eben ich dachte irgendwie ergibt sich das vielleicht noch aber hier gibt sich gar nichts das doof ist also ein langer stock gefällt dir nicht oder was die idee mit dem stock so habe ich das jetzt verstanden ich sehe auch kein stock rumliegen oder so das ding ist ja man immer sehr nah an die objekte ran muss bevor man die in dem spiel sieht kann man aber in diesem auto machen untersuchen andrew ist wirklich zu fuß weggegangen ich hoffe er ist bald wieder im wahren und in sicherheit es war dumm von ihm zu gehen und es macht uns die sache nicht leichter wenn er die polizei hierher schleppt sie hören sich langsam an wie ein echter worden oh moment verwenden wie hier ist der schlüssel margert wird nicht erfreut sein wenn wir das boot mit dem auto schieben umso besser können sie fahren sie nicht in indien gibt es bessere fortbewegungs möglichkeiten das ist ja gut ich jetzt nicht schön das ist ja toll jetzt ist er auch da ja ein paar tolle funnels hier sie sieht das oder was das war doch andrew da war doch so ein tweetjacket das war eine tweetjacke das kann doch nur andrew gewesen sein ich meine logisch der momentan der durchgeknallteste von allen ne das ich glaub das war andrew der battler war das nicht ein trostloser ort und so still still also hören sie nichts was denn stimmen schreie krieg das richtig mit ich weiß nicht ich glaube ich höre etwas weit entfernt ein vogel wir müssen weiter edward muss hier oben so was wie ein versteck gehabt haben vielleicht in der nähe des ortes der macht den er in seinem tagebuch erwähnte wie wissen wir ob wir richtig sind wenn die schreien lauter werden wissen wir das glitsch rüber man kann fast spüren wie einen die kälte dieses ortes befällt das stimmt junge das spürt man ich war schon seit jahren nicht mehr hier ich kenne mich hier nicht gut aus keine ahnung wo edwards versteck war okay ist alles in ordnung rory es sind die verdammten stimmen die junge ich versuche sie auszublenden aber sie sind laut heftig wir suchen weiter ich gehe nirgends jungchen das dachte ich mir schon so was mit ihr zeichen von menschlichem oder sonst irgendeinem leben die architektur dieses ortes die tunnel hütten hätten wir doch mehr zeit uns gründlich umzusehen naja also ich sehe ja nur einen kleinen tunnel in der wand kann man mit der markierung wir sollten das rory zeigen die quest gegenstand hinzugefügt was ich jetzt für gegenstand bekommen eine sensin rum so viel wissen dass über die jahrhunderte verloren gegangen sein muss okay komm hallo danke danke ja glitt schon mal wieder zurück wissen sie was das ist das kenne ich es ist ein symbol dass die alten druiden für ihre rituale benutzten wir suchen weiter ich gehe nirgends ja ja das war ja also das war nutzloser dialog gewesen an der stelle oder wie seht ihr das oh wir sollten erstmal speichern eben das ist glaube ich eine gute idee dass wir mal eben speichern so ah noch mal Foto teile oder was das ist unglaublich ey noch eine andere Rune was könnte das bedeuten da sollten wir rory zeigen aber das machen wir erst wenn wir mehrere davon haben es sieht jetzt schon verwirrend aus wo man hier laufen kann bevor ich hier weiter durchs level laufe will ich über den zweiten gang mal nehmen der hier ist oh da vorne hätte ich abbiegen können ah ok und das aus dieser third party perspektive ne ist nicht angenehm wo sind wir denn jetzt oh das ist oh das mit der kamera ist unherrennen gerade wir sind wir dabei ok dann zeigen wir ihm das nochmal dann wissen wir nächstes dass wir da im Kreis laufen Pfeilung warum haben sie diese Runen auf ihre Häuser gemalt die Magie des schwarzen Spiegels ist stark böse außergewöhnlich böse die Druiden wussten das und glaubten sie bräuchten etwas ebenso böses um es zu kontrollieren andere sahen wie stattdessen das böse sie befiehlen also wir suchen weiter ich ach komm aber ähm ja gut also helfen die Runen ja ne so dann gehen wir hier mal weiter und ähm hier rum Nein, 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 hier sind wir ja durchgelaufen, als wir alleine waren. Ganz am Anfang sind wir hier durchgelaufen. Da war die Kameraperspektive allerdings noch nicht so katastrophal. Da sind wir aber nicht durch, sondern sind wir doch durch die Tore und dann sind wir doch gleich die Treppe hoch. Oh ja, 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 da ist noch was. Was auch immer das symbolisiert, die Menschen dieses Dorfes glaubten wirklich an die Macht der Runen. Bitte was? Der ist doch hier gleich eine Treppe hochgelaufen. Der ist doch durch das Tor gegangen und ist hier gleich eine Treppe hochgelaufen. Wir müssen zu... Ach, da geht die Treppe hoch. Alles klar. Wir gehen nochmal einmal kurz zu... Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist, gerade hier entlang zu laufen. Ich meine, ihr seht es ja vielleicht. Du bist total desorientiert. Weil immer wieder die Kamera wechselt. Ich erwarte mir von dem Dialog jetzt gerade gar nichts. Dieses Symbol. Es erinnert mich irgendwie an die Steine, die sie für Cecilia gemacht haben. Zum Schutz? Hier herrscht nicht nur das Böse. Auch Kräfte des Guten. Es gibt Wege, sich und seine Lieben zu schützen. Wir suchen... Ja, ja, du gehst uns vorhin. Freundchen. Ich weiß, ich weiß. Okay, dann gehen wir da jetzt die Treppe rauf. Ähm. Aber wo nochmal? Hier, ne? Da hoch. Oh, das ist ein Albtraum, ey. Was haben sich die Spiele-Designer gedacht? Dass sie immer wieder die Kameraperspektive ändern. Dabei gar nichts haben sie sich dabei gedacht, ne? Es ist nicht schön. Es ist echt alles andere als schön. Meine Güte. Und dann kann ich es nur von einer Seite angucken, oder was? Da ist doch eine Rune. Der muss doch angucken können. Kein Zeichen von Menschen. Die Architektur. Ja, ja, ja. Die Architektur. Die Hütten. Mhm. Melle. Wenn du sonst keine Sorgen hast. Hier ist jetzt nichts zu holen. Gibt's doch mal nicht. Hier muss ja auch was zu holen sein. Hier geht es wieder runter. Das will ich nicht. Wir gehen da hin. Nee, hier geht es ja auch runter. Ernsthaft? Aber hier geht auch was. Wir müssen das irgendwie aufbrechen. Wenn wir jetzt einen Stock hätten. Öffnen. Sprechen. Moment. Was ist das? Nehmen. Ja, super. Jetzt ist er ja doch da. Also schleicht er sich da so wortlos von hinten ran. Was zum... Hören Sie mich, Rory? Ist alles in Ordnung? Nein. Nein, Kindchen. Nicht ich. Das ist nicht wahr. Ich wollte dich schützen. Ich wollte ihr doch nichts tun. Ich wollte... Er war doch noch ein Baby. Ein kleines Baby. Rory. Lassen Sie ihn. Wir müssen weiter. Das sind gerade etwas merkwürdige Dialogaufbauten, finde ich. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. So, okay. Das ist ein Versteck anscheinend. Ja, macht mal die Kerzen an. Dann zeichnet ein Kreis auf den Boden. Und dann macht irgendwas Dummes daran. Okay, wenn ich die alle lesen kann, sieht das nach ziemlich vielen Texten aus. Diese Handschrift, die kenne ich. Das ist von Andrew. Andrew? Der Anwalt? Hier hat er gearbeitet. Der Anwalt. Echt jetzt? Das ist ein tolles Büro. Andrew erwähnt immer wieder einen Ort in der Nähe. Das muss Edwards Ort der Macht sein. Warum sollte der Anwalt denn hier arbeiten, bitteschön? Der Narr. Er will Edward freisetzen. Seinen Geist aus dem Spiegel befreien. Glauben Sie, es ist auch möglich, Ihren Vater zu befreien? Vielleicht. Der Unterschied ist, was immer von Edward übrig ist, was ich gesehen habe, es ist nicht mehr von dieser Welt. Aber vielleicht nur, weil sein Geist im Spiegel gefangen ist. Edward wurde während einer Art Ritual geboren. Sie glaubten, so bekäme er eine besondere Verbindung zum schwarzen Spiegel. Oh, klasse. Und Andrew glaubt, diese Eigenschaft von seinem Vater geerbt zu haben? Scheint so. Das zeigt, dass er nicht weiß, wozu der Spiegel fähig ist. Oder dass es ihm egal ist. Es muss unter dem Haus einen Eingang geben, der zum schwarzen Spiegel führt. Nein. Das ist, was Andrew finden will. Aber das war uns doch schon klar vorher, oder nicht? Untersuchen. Ja, was denn? Oh, das Spiel backt. Er würde sich ganz gerne rüberglitschen. Kann es aber nicht, weil er unten an dieser Holzlette festhängt. Und ich bin jetzt aber in der Animation gefangen. Ohne Scheiß. Genau so ist das. Ich komme da gerade nicht mehr raus. Das Spiel hängt sich da auf an der Stelle. Das ist echt nicht gut programmiert, würde ich sagen. Fortsetzen. Man muss vom Gamepad mal ölen. Das war's. Echt jetzt? Leute. Das ist doch doof. Okay. Ich, ähm. Ah. So. Also wir sind jetzt bei 19 Minuten. Ich muss das jetzt normal eben machen. Das lohnt sich jetzt auch nicht danach nochmal was. Ach, okay, doch. Ja, bei den Dialogen. Pass auf, wir überspringen. Ne, wir machen das hier gleich. Wir machen das hier gleich mal zuerst. Ah, es geht nicht. Okay. Wir haben nochmal Fototeile aufgenommen. Okay, wisst ihr was? Ich mache das jetzt nochmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wissen wir auch, was da auf dem letzten Blatt steht. Genau, machen wir das so. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Oh boy Untertitelung des ZDF, 2020